Willkommen hier zurück. Ja, willkommen hier zurück. Hör mal die Backen, Kollege. Wir nehmen gerade auf, okay? Zu Daisy19, nämlich am Dienstag ist das, glaube ich. Hör mal die Backen jetzt. So ist es am Dienstag. Ähm, ja, wir haben ja gerade einen Kollegen angetroffen, der ist neu in game. Andrew. Ja, Andrew heißt er. Und würde uns gerne mit joinen und mit uns kommen. Das ist ein bisschen lecky gerade. Ja, ja, bei mir auch. Und ja, mal gucken, was wir so mit ihm erleben. So ist es. Also Ziel ist jetzt gerade erstmal irgendwie Seleno oder Military Base, wie auch immer. Mal gucken, was er jetzt gleich anbietet. Auf jeden. Und da sind auch schon wieder Schüsse, naja. Da sind auch schon wieder Schüsse. Dass wir dem Kollegen mal eine Waffe besorgen, dass er auch mal ein bisschen Spaß hat hier in game. Klar, das wollen wir natürlich bieten. Wollen ihm natürlich als Anfänger Sachen bieten, die er so nicht kennt. Ja, ja. Ja, das ist unsere Hauptaufgabe. Ja, ja, ja. Das war das für'n Piepst, Mann. Ist das? Ja. Ja. Ja, okay. Ja, er ist beide aus England. Ja? Hat mir vorhin gesteckt. Ja? Alter, hat mir das gepiepst. Das ist ein Telefon, glaube ich. Das ist so. Oh, wo sind Sie? Das ist hier, glaube ich, draußen. Ich bringe es ihm einfach mal hin. Denn ich finde es nicht so sinnvoll, dass er hier rumläuft. Leute, ich muss gehen. Es ist gut, dass Sie zwei zwei treffen. Sie zwei sind sicher. Ja? Äh, take this shirt. Keine Ahnung. Take the what? I'll be behind you the shirt. Why, what's that for? Ja, it's for you. Um. I mean, if you're running around like this. Anyone will see us. First sight. Oh, there's another. Oh, shit, man. Oh, shit. Oh, der legt übelst. Ah, guck, der hat ihn schon gesehen, ne? Er kommt auf uns zu. Nice. Yeah, running around in the pink clothes, you mean? Hello, man. Hey, buddy. Hey, what's up? Hello. Hey, buddy. Wow, we slept. Do you want to join us? Hello. Hey, you okay? Yes. I've got to find my friend. Yeah, where are your friends? I don't know, he's over here. Aha. Oh, alright. We will join you, man. Alright, guys. It's been good meeting you, and I'll see you all soon. Goodbye. Oh, goodbye, my friend. Will er gehen? Ich glaube, er muss offline, ja. Goodbye, mate. Oh, yeah. Yeah, my friend. Bye, bye. Bye, bye, mate. Bye, bye, mate. Das ist mein direktes Demeter, ja? Ja. Was denn da los? Kleines Update, was denn da los? Ach, ist das auch passiert? Genau das, ja. Ach so. Yo, buddy, hey. Oh, shit, boy. What's wrong? Yo, I can help you, if you want. Can you talk? He told you that normally, if you leave... Is it a French? Is it a French? Is it a French? Yes. It's a French, yeah. Normal. Oh, we're going to get the right here, right? Oh, my God. What's going on here? I don't know. I don't know. He'll get it. I think he's confused. Ah, now? Ah. Yeah, that's right. Now? Do not leave the game, actually. Yeah. Yes. He left already? Uh, yes. Yeah. It works, man. Nice. Okay. Good job, buddy. Actually, good job, sir. Hello. Yeah, hello. What's your name? Oh, can you talk? My name is Lorenz. What, Lorenz? What's yours? Lorenz. Okay. What? And your friend? Marv. Yeah, we're friends. Okay. You're Lorenz and I'm Marv, man. Lots of shooting. Yeah, let's check out the people over there. Okay. Maybe it's at Pavlovo military base. You ready? Oh, yeah. Oh, my God. Yeah. Yeah. Dann bin ich mal gespannt, Bro. Allez. Allez, allez. Oh, my God, Alter, wie das hier ruckelt. Oh, my God. Oh. Oh. Weiß der Typ, wo es lang geht? Oder? Ich weiß es nicht, man. Der kann nicht mal sprechen. Boah, ich bleib mal ein bisschen weiter hinten. Ich weiß mich nicht so... Weser. Okay. Mal schauen, was wir mit dem erleben, Leute. Dementsprechend. Nice. Perfekt. Jo. Achso. Endlich angekommen hier an der Pavlovo military base. Mit den Kollegen. Richtig hart hingelegt. Hier der Franzose immer noch hinter uns. Und sein Kollege ist auch irgendwo wissen da nicht wo. Aber er ist uns auf den Fersen, Bro. Und sie machen ja auch double time französisch. Wir verstehen kein Wort. Aber naja. Doch, ein bisschen schon. Ich jetzt hier nicht so. Ja, gut. Äh. Und so ein Zeug, ne? Salut, savoir. Und so ein Zeug. Und so. Ilia. Also. Ilia. Bom de d'air. Ich komme noch nicht durch, Digga. Ich bin zu fett. Ja, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich auch. Zu fett. Schaffte Franzose das? Er probiert's gar nicht. Er probiert's gar nicht. Nice. Der kennt das Game schon in- und auswendig. Obwohl, das ging doch früher. Bin ich jetzt blöd? Das ging auch mal. Vielleicht. Weiß ich nicht. Vielleicht geht das jetzt halt auch nicht überall. Ich glaube, weil es laggt, dass man sich so irgendwie. Guck ich. Ich. Da klettert halt die Mauer hoch. Was ist los mit ihm? Oh, guck mal. Dann gehen wir halt den üblichen. Den üblichen Weg. Kommerziellen Weg rein. Wo man dann noch. Kommerziell. Aber da kann man die vielleicht erstmal über die Mauer so ein bisschen luken. Gaffen? Bisschen Gaffen. Ich geh gleich mal hier mit dem M. Nice. Oh, nice. Jo, nach dem Sorry Start geht's hier direkt weiter oder was? Bist du motiviert? By the way, die Freunde sind weg. Ich bin hart motiviert. Wahrscheinlich Freunde. Also die Franzosen sind weg. Die Franzosen sind weg. Alles klar. Alles klar. Aus Freunden wurde Franzosen. Naja. Wow. Holy shit. Oh nein. Auf dich. Auf dich. Auf dich. Da ist so ein Gilly-Typ. Ne, der zielt nicht auf mich, oder? Siehst du ihn? Da hat gar keine Waffe in der Hand. Ähm. Siehst du ihn? Ja, der guckt sich gerade die Zombies an, oder? Ja, das sieht so aus, ne? Was wollen wir machen? Der macht gerade irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich würd sagen, wir gehen mal in die Baracke, oder? Ja, wir können auch zu ihm hingehen, oder? Also solange der nicht guckt. Weißt du? Ich weiß nicht, ob der friendly ist. Ich auch nicht. Vielleicht finden wir eine Waffe in der Baracke, weißt du? Baracke? Ja, okay. Sieht aber nicht so friendly aus, oder? Wer schießt denn da? Das war echt, war er. Das war er jetzt. Jetzt, das war er. Jetzt sollten wir die Situation einfach nochmal kurz beobachten. Ja, ich glaub, ich beobachte das Ganze auch erstmal. Nice, jetzt gibt's schon nichts mehr zu sehen. Achso. Ja, gehen wir mal hin, oder? Weiß nicht. Ist doch ein bisschen risky, ne? Wenn wir jetzt sterben, sind wir wieder am Arsch der Welt wahrscheinlich. Ich glaub, es ist Glück mit dem zu reden. Oh! Ja, nicht auf uns. Nicht auf uns. Ja, es hört sich immer so hart an, wenn's so laut ist. Okay, also was meinst du? Hingehen, oder wir jetzt irgendwas looten? Wollen wir erst in der Baracke und dann hingehen? Ja. Hier links hinten raus, ne? Ja, du bist hier noch, ne? Go, go, go. Ja, komm. Also die hintere Baracke, dann, ne? Wirst du die Container nutzen? Ach, shit. Ich mach auf, ne? Die sind losgelootet. Mach auf. Pass auf Landmine auf, Alter. Ja, ist safe hier. Kommst du rein? Was brauchst du für Munition? Ich hab Winchester Muni gefunden. Ich hab keinen Plan, was das für eine Waffe ist. Mann, die ist neu. Die schluckt M14-Rifle. Wahrscheinlich M4-Muni. Wahrscheinlich. Warte mal hier, ich pack mal die Winchester-Munition aus. 308. Die 308, da packt er mir aus sehr. Ich weiß es nicht, aber vielleicht... Ja! Im Ernst? Ja! Oh, shit. Ich glaub, nur einen Schuss, oder? Ja, immer nur einen Schuss, okay. Ja gut, auch das ist besser als Null. Als nichts, also ich hab vollkommen recht. Da bin ich natürlich zwar nicht überzufrieden, aber schon gestillt, sag ich, ne? Boah, du glaubst nicht, hier liegt noch mehr davon. Weiß nicht. So, haben wir Richtung Haupteingang und dann nach links und dann in die andere Baracke? Wieso spielt der Zombie über den Zahn? Ja, ja, weil der ist Gilly-Typ nur unter Eis, glaub ich. Ich mein, ein Schuss, ne? Kopf. Ich glaub, das dürfte es schon gewesen sein, aber es ist halt mega risky. Ja, das ist zu risky. Ich weiß noch nicht, wie viel Wumms die Waffe hat. Na, ich auch noch nicht. Vielleicht reicht doch ein Treffer im Körper und wenn es... Jo, hey, hallo. What's up? Wo ist er? Hallo? Hey. Uh, are you French? Oh. You. Oh, it's you again. Nice. Oh, it's you. Hey, man. Willkommen zurück. Oh. 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 Oh, shit. Mach doch zu den Lachs hier. Mach doch zu den Lachs hier. Mach doch zu den Lachs hier. Und ich würde sagen, mit Lachs gehen wir auch direkt drüber... ...auf die Gag-Liste, oder was? Was meinst du? Yo, buddy. Oh, where is your friend, by the way? Geht er nicht? I don't know. I think he's dead. Okay, alright. I thought you were in Teams, or Discord, maybe? Ähm, Skype. Ha! Das ist das noch liebt. Skype! Oh, my gosh. Unglaublich. Soll wir erstmal in die Baracke da drüben? Du willst, wir können auch erst einen Gag vorlesen. Ich hab gar... Ich muss gleich erstmal einen raus. Okay, dann machen wir später. Machen wir später. Machen wir später. Also es gieß jetzt einen vor und dann machen wir... Ne. Oh. Was soll ich machen? Komm da raus. Okay, warte. Ich mach nochmal zu. Ich schlag da mal mit. Nice, buddy. Die nächste halt, ne? Ja. Ist noch 80 Leichen? Wahrscheinlich ist der Gilly-Typ hier drin. Pass auf, ne? Oh, der ist, glaub ich, hier drin. Der ist auf dem Klo. Der ist auf dem Klo. Hey, buddy. Welches Klo? Ja, hier eine Dusche. Ach da. Friendly? Hallo, mate. Mate, du bist friendly. Pass auf. Ach da, ja. Ich seh'n. Oh, hier ist ne Leiche drin. Da ist ein Freund da auf dem Boden. Hey, ist das dein Freund? Auf dem Boden? Might be. Nein. Ah, maybe, yes. Okay, okay, okay. Warte, ich renne mal gerade aus du ich, Mann. War hier auch schon. Okay, nice. Okay, hier gibt's wieder alles mögliche, aber nichts was wir brauchen können. Aha. Ich glaub, der checkt das noch gar nicht, dass einer da drin ist, oder? Ich weiß es nicht. You're made, you're friendly. Oh mein Gott. Dass seine Tür aufgeht, finde ich nicht so gut. Er hat die einfach aufgemacht. Oh, ich bin die 5 eingeportet. Pistolsuppressor. Ein bisschen Munition. Yo, hey, buddy. Kannst du bitte mit uns sprechen? Ich mach mal eine Aufwachtung. Äh, we are friendly. We do not want to kill you. Buddy, we are friendly, Mann. We, we, we can trust you. Oh, der hat die Waffe schon gezückt da vorne. Das sind zwei drin, Bro. Das sind zwei drinnen. Okay, okay. Um, can you please close the door and we will just leave, okay? Okay. Alright. Okay, buddies. Let's go. Let's go. Bye bye. Hey, you need food? Or water? Come over here. Fuck, ich brauche eigentlich auch... Oh, die Tür geht auf da von der Baracke. Pass auf. Oh, mein Gott. Was für... Haben sie ihn gekillt? Was für asoziale, Digga. Alter. Oh, mein Gott. Really? Ein verwundetes Reh noch erschießen, oder was? Das ist bitter. Okay. Aber das bedeutet Krieg, Alter. Ich fände cool, wenn ich... Ich würde schon ganz gerne die Waffe grabben, ne? Das ist jetzt schon recht assi, Mann. Meinst du, ich schaffe das, die Waffe zu grabben? Welche Waffe, Mann? Hat er eine Waffe gehabt, ne? Die da an ihm liegt? Ja. Dude, why? Fucking Bandits, man. Das ist echt assi. Das macht man nicht. Sind die immer noch da drin? Ja, ich glaube schon. Die sind noch da drin. Okay, alles klar. Ich habe den Schützen nicht mal gesehen. Carbine. Aha. Muss da noch die alte... Wahrscheinlich die ganze Zeit Steps machen. Ich hoffe, das bist du, ey. Ich glaube, ich brauche die alte SKS-Munition. Äh, ich habe nur kleine ACP-Munis. Wahrscheinlich kleine ACP-Munis, oder? Okay, dann bringt mir das nix. Alter, wie asozial kann man denn sein, Mann? Holy shit. Verstehe ich auch nicht, Bro. Ja, by the way, ist auch ein neuer Server, ne? Muss man aber noch gar nicht erwähnen, glaube ich. Boah. Also Staff von den RAM ist auch nicht so easy. Wo bist du jetzt eigentlich? Äh, hier bei einem kleinen Gebäude hier. Vor der Baracke. Okay, ja. Du musst mich ja nicht sehen über der Mauer. Ja, ich kann nicht sehen. So. Es bringt halt nix. Also, ich weiß nicht. Wir können jetzt warten. Oder ich würde zumindest mal nach oben gehen wollen und in die Baracke gucken. Ja. Aber ich kann halt eh nicht schießen. Ja, das ist eine gute Idee des Dinges. Wenn wir jetzt beide hochgehen, wissen wir nicht, ob die rausgehen, ne? Ja, pass auf. Ich gehe mal kurz schnell alleine. Wenn es gefährlich wird, drehe ich um. Wenn es gefährlich wird. Wahrscheinlich drehe ich dann um. Was? Ja, damit wir irgendwie zu zweit noch überleben, weißt du? Oder zu zweit sterben. Wie Bros. Wie Bros das so eben machen. Naja. Oder halt eben. Oh, die kommen raus. Zusammen überleben. Eines raus. Der zweite auch. Der ist richtig verbuggt. Den kann man gar nicht treffen. Der ist so ein Gollum. Weißt du? Okay, wohin gehen die? Richtung Krankenhaus. Ich glaube, das ist ihre Base, oder? Ich brauche echt. Hast du noch trinken? Warte mal. Was ist das denn wieder für ein Inventarsystem? Habe ich noch trinken? Ja, so würde ich das nicht nennen. Aber ich habe jetzt eine OSG Badly Damaged mit elf Schuss. Oh, perfekt. Lass die killen, ey. Ja, die ist halt Badly Damaged. Egal, das reicht. Wahrscheinlich reicht das. Und ich muss noch gucken, ob ich die noch ein bisschen befüllen kann. Der eine ist bei mir zumindest echt schwer zu treffen, weil er diesen Bug wieder hat. Weißt du noch? In der Lektor, der eine ist auch so wie eine Kugel rumgelaufen. Weiß ich jetzt spontan so nicht. So eingeknüllt. Ach so. Oh shit. Alles klar, ja. Der ist echt untreffbar eigentlich. Und der Gilly Typ, keine Ahnung, wo der jetzt drin ist. Fuck. Ich warte mal auf dich, okay? Okay, ja. Also die OSG... Fuck, Alter! Neben mir! Räche mich! Töte ihn, Mann! Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Oh fuck, mich muss ich ganz schnell verbinden, Alter. Jetzt sehe ich ihn leider nicht mehr. Was ist ein Drecksack, ne? Oh shit, Bro. Habe ich voll erschrocken gerade. Ich war nicht mal in der Aufnahme drin. Oh shit. Keine Bandage mehr, leider. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, wo die sind. Mit was für einer Waffe hat er geschossen? Irgendwas kleines. Hast du Bandagen noch? Yo, hey buddy, can you talk? Natürlich kann er talken. Hab gedroppt. Danke, danke. Buddy. Why do you want to shoot? Er ist hier da, wo ich ihn aime. Siehst du das? Da sieht man seine Waffe. Okay, okay. Wir sind da zu zweit. Ich bin gleich bereit. I mean, what's the problem? Really? We can do it friendly, man. Come on. Oh ja, der eine, dieser Klumpen da oben, ne? Okay, es hat nicht gereicht. Ich muss mich frei verbinden. Pass auf, der kommt jetzt außen rum, der eine. Oh, man. Ich blute halt noch hart, man. Das überleb' ich nicht, ne? Ich kann ja noch mehr droppen. Ach so. Das ist natürlich nice. Gedroppt? Danke, danke, danke. Fuck, Alter. Pass auf, einer ist halt außen rum gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Ja? Einer steht hier noch rechts neben mir. Direkt hinter diesem Metallding. Können wir einen rushen zusammen? Ich weiß halt nicht, wo der andere ist. Das ist das Problem. Ich gerade auch nicht. Vielleicht, wenn er sich jetzt aufs Krankenhaus bege... What? Shit. Ich weiß, ich weiß nicht, warum ich mich mal dazu schlagen. Alter! Nein, wir blockieren uns. Oh nein! Wir blockieren uns. Ist das dumm gerade. Ich bin dead. Schon ein bisschen, ja. Da kommt sein Kollege. Ich blute. Was ist mit dir? Tot, tot. Ich kann nichts mehr machen. Irgendjemand hat da gerade ein Battle. Ich hör's, ich hör's. Ich bin wieder da. Pink angezogen. Okay, auf dem Dach ist einer. Ich versuch meine Waffe wieder zu graben. Ist die noch da? Äh, wahrscheinlich nicht. Weil die kann halt schießen, ne? Das ist halt schon geil. Ja, dann geh mal hin. Ich weiß ja nicht. Wo? Okay, nicht auf mich. Nicht auf mich. Ist immer blöd, wenn man so unausgerüstet ist, ne? Ich weiß, was du meinst, Bro. Kann man sich nie wehren, Alter. Okay, pass auf. Oben. Auf dem Krankenhaus. Ja, ich bin links von dir. Okay, okay. Seh ich da meine Leiche? Ich glaub schon, ne? So. Schießt er auf dich? Ne, ne? Ne, ne. Unten an der Baracke, da ist ein Typ, der ist so rot-blau gekleidet quasi. Da oben sind die Bastarde. Ja. Oh mein Gott. Oh, warte, das ist meine Chance, Alter. Das ist meine Chance. Schießt du? Nein. Ich hab einen gehittet. Sehr schön. Wo ist meine verkackte Waffe, Mann? Shit. Okay, die sind jetzt drinnen. Okay, ich seh dich da unten. Ja. Ob wir den anderen für uns gewinnen können? Weiß ich noch nicht. Hast du ein Messer oder sowas? Halt, ich hab noch gar nichts, Bro. Warte kurz. Wo ist diese verkackte Waffe, Mann? Scheiße, das ist keine Waffe mehr, Mann. Wir haben zwei Leute und versuchen sie zu töten. Okay, wir haben drei. Du bist mit uns? Nice. Good Job, Mann. Watch out, ja? Boah. Okay. Aua, fuck, was war das? Zombie, ne? Zombie, ja. Die scheiß Waffe liegt hier echt nicht mehr rum, oder? Wahrscheinlich nicht, nee. Das wär jetzt eigentlich unsere Chance, da reinzukommen unten. Okay, dann... Wollen wir's probieren? Ich komm mit, ich hab Fäuste, Mann. Okay, go, go, go. Ich hab Fäuste. Mike Tyson am Start hier. Kommt man hier einfach rein, ne? Also ich bin unten... Man kann reinkriechen. Nein, ich bin unten. Ganz rechts ist ein Eingang. Achso, ja, ich bin auch schon drin. Okay, du musst vorgehen. Ich hab keine... Obwohl, ich kann gucken für dich hier hinten erst mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du... Oh, da ist meine Waffe. Hast du die Muni noch? Diese Lange? Weiß ich nicht. Dann kann ich dir helfen. Diese Lange, weißt du? Ah, ja, 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 ja. Komm her, komm her, komm her. Oh mein Gott, ich geh jetzt an, Alter. Warte, warte, warte. Welcher Lange? Ich glaub die hier, oder? Winchester? Oder hier, Mosin? Nee, Winchester. Warte, ist hier noch irgendwas anderes, was schießen kann? Hab ich das gegrappt oder nicht? Weiß ich nicht. Ne, hab ich nicht. Wo ist die Scheiße da? MP7. Okay, Bro, ich bin ready. Warte, 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 warte. Warte, warte. Bin ich ready? Ich weiß noch gar nicht. Was muss denn in diese MP7 rein? Hä, wieso geht da nichts mehr rein, Alter? Nicht. Okay, MP7 passt nichts rein. Ist hier sonst noch irgendeine Waffe, die wir brauchen? Ach, die ist schon geladen, Alter. Okay. Gehren wir hoch? Müssen wir wohl, oder? Erste Tasche safe. Ihr tropft alles voller Blut? Ja, ich seh's. Oh mein Gott, wie viel Loot in diesem Gang ist. Oh mein Gott. Okay, voll Auto eingestellt, Bro. Oh, warte, warte, ich muss hier looten. Ja, hab ich. Nee, das geht jetzt nicht. Vielleicht ist hier eine bessere Waffe, Mann. Der loopt um die Ecke? Okay, okay. Oben, oben. Ja, ich seh's, ich seh's. Könnte einen Hitter haben. Scheiße. Äh, halt das mal im Auge, bitte. Ich muss mal eben kurz, äh, ich hab hier wieder Ladehemmungen. Oh fuck, ja, ich muss auch mal kurz Reloaden. Verdammt Reloaden, nein. Das Ding schießt nicht, warum nicht? Weiß ich nicht. Wo ist denn das Make jetzt? Da war doch grad eins drin. Ich muss kurz Reloaden. Hab, hab, hab. Oh. Ladehemmung. Ich hab keine Muni mehr. Was ist los? Lebst du noch? Ja, ja. Ladehemmung. Wo ist er? Oben. Wieder oben. Oh fuck. Einmal eine gute Waffe haben, ey. Muss mich kurz verbinden, Bro. Ist okay? Hier liegt einer, aber das ist nicht er. Okay, komm hoch, komm hoch. Er hat, er ist, ja, er will mich boxen. Ich hab wieder eine Ladehemmung. Oh mein Gott, dieses Game, Alter. Wo ist die Pipe? Wo ist die Pipe? Oh, wieso ist hier nicht mehr in der Hotbar? Ich raste aus. Ich raste auch gleich aus. Hier geht gar nichts mehr, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Weiß ich nicht. Er ist oben, er ist oben. Wieso ist er hier alleine? Ich weiß es nicht, Mann. Lass du hoch. Wo ist die Sau? Wir sind ganz oben. Ich komme, ich komme. Ja! Oh. Okay, pass auf, ist noch nicht safe hier. Headshot is dead. Okay, nice. Daniel killed Pampua paid. Uh, das ist natürlich... Okay, Bro, das war echt... Das war gut. Holy shit, Alter. Aber die Frage ist sozusagen, äh... Wie geht's den anderen? Ich hab keinen Plan, dann. Hallo? Je! Jo, kleines Update hier. Nämlich haben wir noch einen Gag von Madea on Space. Hätte da... Schreibt er. Das ist natürlich auch ein bisschen, dass hier oben direkt einer reinkommt. Wo ist er? Wo ist er? Unter, unter. Ich hab ihn auf jeden Fall ge... Oben ist auch noch einer. Pass auf. Oh, scheiße. Ich hab ihn getroffen. Hab ihn auch einmal getroffen. Nice, good job. Oh mein Gott. Ich sterbe. Nee, du stirbst nicht, Mann. Alter, es blinkt und ich blute nicht mal. Äh, ich hab nur einen Schuss. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich kann auch nicht reloaden gerade. Scheiße, mein Waffe ist unten. Shit, ich hab nur eine FX Badly Damaged noch. Warte mal, wie viel ist in der MP5 noch drin? Drei Schuss. Das ist das wieder für eine kranke Scheiße. Verbindet sich gerade. Tür ist offen. Ein Pinker oben liegt da schon. Nein! Oh, eine Sekunde zu spät, Alter. Was passiert? Hier unten läuft er. Aber er blutet hart. Er hat ne Waffe. Shit, shit, shit. Er schießt auf mich. Ich komme irgendwie. Irgendwie, irgendwie, Bro. Er hat mich. Ich bin tot. Der ist ganz unten drin und blutet. Ganz unten drin? Ja. Ich wollte eigentlich erst mit ihm reden. Der lag dann noch bewusstlos. Ah, der ist bewusstlos, Alter. Nee, der war bewusstlos. Oh, da ist die Sau, Mann. Der ist ja nirgends. Okay, oder in, Alter, komm. Jo, okay. Keine Chance. Tot? Ja, ja. Ja, gut. Ich wollte mich ducken und bin einfach gestorben. Als wäre das eine Explosion gewesen. Okay. Ich glaube, jemand hat mich geschossen. So, ja. Jo, kleines Update hier. Äh, die haben uns da dann auch ganz schön geholt, kann man eigentlich sagen. Aber das war auch super laggy, ne? Ja, gut. Also ... Aber stand der auch da, ne? Egal, passiert, ne? Es ist halt ... Passiert halt. Ich wollte erst noch mit dem reden, der da blutend am Boden lag, ne? Deshalb hab ich mich sofort geschossen. Ja, gut, das hab ich leider nicht gesehen. Also ... Man weiß es ja nie, in welchen Situationen dann da Freundschaften entstehen. Gut, warum? Ich wollte eigentlich noch einen Gag vorlesen vorhin, bis sie uns plötzlich da angegriffen haben. Und zwar von Madea on Space. Kürzlich haben Wissenschaftler herausgefunden, sind aber gleich wieder reingegangen, Bro. Was hältst du von diesem Gag? Auf jeden Fall, oder? Hatten wir noch nie. Naja, ironischerweise doch. Aber hey. Ich will nicht sagen, Wissenschaftler haben doch schon den einen oder anderen Gag auch herausgefunden. Aber trotzdem, Grüße gehen natürlich fett hier raus. Aber trotzdem, Grüße gehen natürlich ... Gehen fett raus? Fett raus einfach hier, die Grüße. Hau mal raus, ne? Alles klar. Dann würde ich sagen, hätte ich auch noch einen. Und zwar von Hans-Georg-Bell. Hashtag der sie, Hashtag Georg. Was sagt ein Origami-Lehrer zu seinen Schülern? Kannste knicken. Das kannst du knicken. Richtig. Natürlich. Boom, Alter. Grüße gehen raus, dementsprechend ... Grüße gehen raus hier an wen? Hans-Georg. Hans-Georg-Bell, ja. Hans-Georg, Grüße. Dementsprechend würde ich sage ... Sage? Sagen. In diesem Sinne würde ich auch sagen, ist Dienstag. Nee, Katz, ist Sonnestag, ne? Ja, genau. 19 Uhr. Richtig. Ja, die Woche ist ein bisschen ... Turbulent? Nee, eigentlich nicht. Turbulent. Na klar, Game of Thrones. Achso, stimmt, Alter. Fuck. Wir wollen niemanden spoilern. Folge 2 haben wir natürlich schon gesehen, denn ... Achso, nee, haben wir noch nicht, ne? Kommt erst in ein paar Stunden. Ja, genau, genau. Super aufgeregt, Mann. Ich auch. Ich heule schon, Alter. Jamie, Alter. Ich hab schon meinen Klo-Topf hier. Achso. Alles klar. Alles klar. Bis Sonnestag. Ja, alles klar. Ciao, ciao. Liebe Leute, heute geht ein cooles Abenteuer zu Ende. Ich bin gespannt, wie das nächste Folge weitergeht. Vielleicht nochmal auf dem Server, man weiß es nicht. Auf jeden Fall würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, Leute. Ja, vergesst das bloß nicht. Und ... ja, das gibt's noch zu sagen. Ja, wer gerüstet werden will, wisst Bescheid, wie es geht. Einfach in die Kommentare ballern. Und dementsprechend sehen wir uns Donnerstag wieder, 19 Uhr. Und wünsche euch allen einen schönen Abend natürlich. Hau rein, Leute! Ciao, euer Luzi. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.